Ich war ja selbst 15 Jahre Trainer in Amerika und da hat man doch ein bisschen Wissen gesammelt und das habe ich versucht, den kleinen, sehr talentierten Boom weiterzugeben. Ich war ja selbst 15 Jahre Trainer in Amerika und da hat man doch ein bisschen Wissen gesammelt. Ich war ja selbst 15 Jahre Trainer in Amerika und da hat man doch ein bisschen Wissen gesammelt.